Die DHV News vom 17. Dezember 2021. Christine Lüttke ist Drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Malta-Eigenanbau wird vollständig legal. Herzlich Willkommen bei den DHV News. Ganz schnell gesagt, für alle, die jetzt gerade nach dem Release gucken, die DHV News, unmittelbar danach, fast um 19 Uhr Freitag, den 17. Dezember, findet ein Livestream auf Twitch statt bei Wins & Beat, wo ich zu Gast bin, wo wir reden über die Details des Eigenanbaus, wenn man den legal macht. Wie würde man den regulieren? Alle möglichen Details tauchen da auf, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Wir können frei fantasieren und visionieren, was möglich wäre. Im Koalitionsvertrag steht Eigenanbau ja gar nicht drin. Es ist aber auf unserer Liste der Forderungen, wie vieles andere auch. Auch Führerschein zum Beispiel und das alles wollen wir nächstes Jahr auf unserer Konferenz unter anderem ausdiskutieren. Jetzt fangen wir schon mal ein bisschen an, laufen uns schon mal ein bisschen warm mit der Grower Community. Also alle, die da Bock drauf haben, mal reinzuschauen. 19 Uhr live Twitch, könnt ihr euch auch beteiligen oder eben nachher nochmal gucken. Unsere Spendenaktion ist gut weitergelaufen. Wir haben jetzt 15 Tage hinter uns und 2.095 Spender haben mitgemacht. Das ist schon die Hälfte von dem, was letztes Jahr war an Zahl. Letztes Jahr waren etwas über 4.000, die mitgemacht haben. Und wir haben erst ein Drittel der Zeit rum. Also das ist prima, kann gerne so weitergehen. Und wir haben auch schon 54.000 Euro gut zusammengekriegt. 54.639 Euro genau genommen. Und auch das ist im Lot. Ein Drittel von dem, was wir letztes Jahr hatten. Wir sind da in Richtung Ziel unterwegs. Wenn es so weitergeht jetzt, wunderbar. Aber erstmal vielen Dank an der Stelle an alle, die bis jetzt mitgemacht haben. Ihr macht uns stark für nächstes Jahr. Und überhaupt sind wir überhaupt nur hier wegen unserer Spender und Förderer. Sonst gibt es den Handverband nicht. Und ohne alle Aktivisten und Leute, die uns auch fördern, wären wir wahrscheinlich auch nicht so weit in der Cannabis-Politik, wie wir jetzt sind, dass wir eine Regierung haben, die legalisieren will. Also zufrieden. Aber im Grunde kann man natürlich auch sagen, Leute, ist euch eigentlich klar, dass das jetzt hier der Endspurt wird, die nächsten Jahre, hoffentlich nicht so viele. Vielleicht nächstes Jahr schon so, dass wir die ganze Sache in trockenen Tüchern kriegen. Und da sollte man doch eigentlich meinen, gerade jetzt in Pandemie-Zeiten, dass Leute was von exponentiellem Wachstum gehört haben und wissen, wie das knallt, wenn exponentielles Wachstum da ist. Im Moment haben wir eher lineares Wachstum, was schön ist. Aber stellt euch vor, wir hätten jetzt auf einmal von jedem Abonnenten hier 10 Euro. und würden mit 2 Millionen Euro zusätzlich ins nächste Jahr gehen. Dann könnten wir richtig was reißen, dann könnten wir bei allen Landtagswahlen, überall alles voll Pflaster mit Plakaten, um da nochmal irgendwie die Bundesratsnummer klarzukriegen. Das wäre richtig Energie für den Endspurt. Also alle nochmal überlegen, die bis jetzt nicht mitgemacht haben, überlegt nochmal, ob ihr das nicht doch tun wollt. Wofür habt ihr Angst? Was kann euch passieren? Außer ihr habt wirklich gar nicht den 10er, natürlich, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ihr könnt mal einen Leserbrief schreiben oder so, ist auch wichtig, eben aktiv werden. Aber alle anderen, die den 10er haben, wofür habt ihr Angst, dass ihr den verliert? Dass ihr den Totalverlust von dem 10er habt und am Ende kommt keine Legalisierung? Das ist alles, was euch passieren kann. Überlegt mal, dafür könnt ihr, wenn wir es schaffen, die Legalisierung durchzusetzen, sagen, ich war dabei. Ab dem Moment seid ihr echte Aktivisten quasi, habt was beigetragen zum Thema. Und jetzt stellt ihr vor, die Legalisierung kommt nicht und ihr habt nicht gespendet. Dann sagt er aber da auf eurem Sofa und auf eurem Sessel, hätte ich doch den 10er gegeben damals, hat er doch gesagt. Also, auf geht's, ja, exponentiell, das wäre mal echt ein Ding. Wir haben noch eine Aktion dazu laufen auf unseren Social Media Kanälen. Der DHV ist eine Spende wert, weil, da hat nämlich jeder einen anderen Grund, der schon gespendet hat oder das vorhat, oder auch für unsere 9000 Mitglieder, die wir mittlerweile erreicht haben, die schreiben mal rein so, warum ist der DHV eine Spende wert? Markiert uns dabei mit dem Satz, den ihr vervollständigt, der DHV ist eine Spende wert, weil. Und dann schreibt ihr euren Grund dahin auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und markiert uns dabei, ist natürlich wichtig, sonst kriegen wir es nicht mit. Und wir suchen uns davon schöne Sachen heraus und teilen die auf unseren Kanälen jeweils und dann könnt ihr berühmt werden mit eurem Argument. Tada! So, und jetzt aber zu den Nachrichten in Deutschland ist nicht furchtbar viel los. Drogenpolitisch, letzte Woche war es ja lauter wach, da fing der Personalreigen an und auch diese Woche gibt es aus Deutschland nun keinen Personalbericht, da geht das Karussell weiter. Nämlich mit der Wahl von Christine Lüttke zur drogenpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Damit ist sie die Nachfolgerin von Wieland Schinnenburg. Den kennen hier die treuen Zuschauer noch von mehreren Videos, wo er aufgetaucht ist hier. Zuletzt erst vor ein paar Monaten und jetzt heißt Schinnenburg sozusagen Lüttke. Dazu ist erstmal nicht viel zu sagen, außer willkommen im Thema, ja, es gibt jetzt keine riesige Biografie in Sachen Drogenpolitik, die man sich ja ewig auseinander nehmen könnte oder so. Auf gute Zusammenarbeit. Sie hat selbst, als sie das bekannt gemacht hat, auf Twitter gesagt, so, dass sie eben jetzt die liberalen Ideen in Sachen Hashtag Cannabis-Legalisierung begleiten darf für die Fraktion und freut sich drauf und so weiter. Insofern, wunderbar. Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir noch viel mit ihr zu tun haben hier. Merkt euch also, Namen und Gesicht, soweit können wir das schon mal verkünden jetzt hier. So. Und bei dem Thema, für alle, die ungeduldig sind, weil ich sage, es ist nicht viel passiert hier. Ja, ich habe viele Kommentare gelesen, die sagen, ja, wenigstens die Endkriminalisierung, das könnten sie ja wohl vor Weihnachten mal eben noch abräumen. Ja, das kann ja nicht so schwer sein. Aber ihr müsst überlegen, üblicherweise werden die Leute da gewählt und die haben noch gar keine Büros. Ja, da ist sowieso Platzmangel da, die haben eigentlich viel weniger Büros, als Abgeordnete da sind, wegen der Überhangmandate. der Bundestag wird immer größer und die haben gesagt, ne, dann müssen die jetzt mal gucken, wo quetschen wir überhaupt die ganzen Leute hin. Dann müssen die noch Personal anstellen, ja. Also die brauchen ja Geschäftsführer, Mitarbeiter und so, mehrere, die sich ja jeweils dann irgendwie darum kümmern müssen, dass die dann erstmal da sitzen im Büro, ja, und bevor da irgendwer eine E-Mail beantwortet oder an den Telefon geht, vergeht da ein bisschen Zeit und da müssen sich die Fraktionen erstmal zurecht ruckeln, müssen ihre Vorsitzenden wählen und so weiter und so fort, erstmal überhaupt arbeitsfähig werden. Und von daher ist das klar, dass da vor Weihnachten nichts passiert. Die müssten die größten Krisen irgendwie geregelt kriegen, ja, so Corona-Beschlüsse, ja, das ist nun mal so, dass das unser größtes Problem ist gerade, dass sie damit irgendwie umgehen müssen, dass da jetzt sonst nicht viel geht. Dieses Jahr noch ist klar, ja, das will ich nochmal dazu sagen, da ist nicht, weil die faul sind, die machen auch bei keinem anderen Thema jetzt noch irgendwas vor Weihnachten, außer wirklich den ganz großen, wichtigen Brocken. Das wollte ich nochmal loswerden hier für alle, die denken, die Politiker sind doof, dass es immer noch irgendwie Strafverfahren gibt für Besitz von Cannabis. Apropos, Strafverfahren für Besitz von Cannabis, da gibt es eine tolle Nachricht aus Malta. Jetzt ist wirklich in trockenen Tüchern, ja, viele haben sich wahrscheinlich schon gewundert, wieso hat er nicht jetzt bei der oder jener Gelegenheit schon darüber berichtet, dass Cannabis in Malta legalisiert wird, weil das schon tausend in einer Zeitung stand und es ist auch immer noch nicht so, dass Cannabis in Malta legalisiert wurde. Auch wenn es jetzt wieder in vielen Zeitungen steht in der Überschrift, denn für uns heißt ja Legalisierung auch legaler Handel. Aber, nicht Cannabis wurde legalisiert, aber der Besitz geringer Mengen und der Eigenanbau von Cannabis wurde tatsächlich legal in Malta und das ist tatsächlich eine ganz besondere Nachricht, erstmalig in Europa, auch da fragt man sich wieder, ja, Eigenanbau ist ja auch in Spanien und in Niederlanden zum Beispiel erlaubt. Nicht ganz, ja, ist nicht wirklich legal. Die haben nach wie vor einen Status eines Verstoßes gegen Gesetze, nur, dass sie bestimmte Regeln aufgestellt haben, Spanien und Niederlande, unter denen das geduldet wird, ja, wo die Leute nicht verfolgt werden. Aber trotzdem ist das nicht offiziell nach Gesetz legal und da geht Malta jetzt einen Schritt voran, dankenswerterweise, ja, so ähnlich wie Luxemburg das ja auch vorhat, in Malta ist das Gesetz jetzt verabschiedet. Die Unterschrift war jetzt zum Drehzeitpunkt der News noch nicht unter dem Gesetz, jedenfalls die Nachricht habe ich noch nicht gesehen, des Präsidenten, aber der war involviert, der war dafür und so weiter, kein Mensch rechnet damit, der das nicht unterschreibt und wahrscheinlich, bis die News abgeloadet werden, ja, ist das wirklich erledigt und das ganze Thema ist wirklich gegessen in Malta. Davon gehen alle aus, insofern berichte ich das jetzt hier auch schon mal. Und was ist da also genau passiert? Folgende Details wurden verabschiedet. Eigenanbau, ja, das ist ja für uns natürlich jetzt hier das Spektakulärste. Vier Pflanzen pro Person sind legal. Die müssen zu Hause stattfinden, diese Anbautätigkeiten dürfen nicht eingesehen werden, ja, also nicht irgendwie ein Fett im Schaufenster oder so, sondern alles schön diskret, ja, so hat keiner mitkriegen, dann passt das und dann wird man da in Ruhe gelassen und die haben auch dran gedacht, dass man beim Eigenanbau eine höhere Menge braucht. Also für den Besitz draußen ist relativ geringe Menge angesetzt, aber zu Hause darf man 50 Gramm lagern. Jetzt höre ich den Proteststurm, ja, von Wins and Weeds Zuschauern und Followern und so weiter, die für zu wenig, 50 Gramm ist ja ein Witz. Na gut, sie haben auf jeden Fall mehr angesetzt, als das, was man mit sich rumtragen darf. Und der nächste Fakt bietet eine Lösung an, nämlich Anbauclubs, die auch legalisiert wurden. Bis zu 500 Mitglieder darf ein Verein haben, in dem für Mitglieder angebaut wird, wo dann die Ernte verteilt wird an die Mitglieder. Und wenn man da sich regelmäßig verdroht, die müssen ja dann nicht, die können ja entsprechend ein bisschen zyklisch anbauen, so dass eben kein Mitglied da irgendwie 200 Gramm auf einmal mitnehmen muss für das ganze Jahr oder so, sondern kann man sich sukzessive da abholen und da kann man die Regeln tatsächlich auch einhalten. Wer alles für sich alleine anbauen will, ja, der muss protestieren in Malta und die Legalisierung richtig durchsetzen mit größeren Anbaumöglichkeiten. Aber immerhin, ja, das ist vollkommen egal. Das wird auch nicht beschlagnahmt oder so. Wenn der Polizeiwart mitkriegt, da baut einer an. Vier Pflanzen, 50 Gramm. Ja, das im Zweifelsfall, wenn sie beschlagnahmt und gewogen haben, kriegt man wieder, wenn das gepasst hat. Und alles da drüber wird dann erst schwierig. Genauso eben der Besitz in der Öffentlichkeit, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ist geringer. 7 Gramm ist da die Menge. Man darf bis 7 Gramm mit sich rumschleppen in der Öffentlichkeit. Vollkommen legal. Also nicht so wie bei uns ein Strafverfahren, das dann später von der Staatsanwaltschaft eingestellt wird und man ist trotzdem ein Drogenstraftäter oder so. Auch kein Bußgeld, wie das hier diskutiert wurde, sondern wie wir das immer schon vorgeschlagen haben für Entkriminalisierung, ja, wenn ich legalisieren will, sondern entkriminalisieren, soll das konsequent machen und richtig machen und eben genau so. Der Besitz ist legal. Fertig. Wenn natürlich kein Handel nachgewiesen wird oder so. Strafen für den Besitz von 7 bis 28 Gramm kann ich noch erwähnen. Das sind 50 bis 100 Euro, die dann fällig werden, wenn man halt mit 10 oder 20 Gramm in der Öffentlichkeit rumläuft. Und auch zu erwähnen, es sind auch Strafen angehoben worden, nämlich für den Konsum in der Öffentlichkeit. Dann kann das bis zu 235 Euro kosten und wenn da Kinder in der Nähe sind, 300 bis 500 Euro. Also überhaupt, wenn man irgendwie vor Kindern konsumiert, dann wiederum wahrscheinlich auch zu Hause oder nicht in der Öffentlichkeit. Habe ich jedenfalls so verstanden. Na, das sind so die Strafen, die da sind, also auch Verschärfungen dabei, wahrscheinlich um eben das ganze PR-mäßig auch gut verkaufen zu können. Ja, da hat man gesagt, ja, es geht uns nicht drum, dass alle kiffen. Wir wollen auch Prävention und Abschreckung und so weiter. Aber andererseits sind das auch keine Verbrecher, die das machen. Ja, von daher lasse ich in Ruhe, solange die das nicht irgendwie so auffällig machen. Leben und Leben lassen oder was auch so in der Art. Das steckt dahinter. Wenn man zu Hause raucht und anbaut und so weiter, wunderbar, alles schick. So viel zu Malta. Jetzt sind andere Staaten dran. Malta hat vorgelegt, wenn auch nicht ganz bis zur Legalisierung. Hoffen wir mal, dass auch Luxemburg da bald ankommt. Ja, und wir dann der nächste Staat sind in Deutschland, der in Europa der erste ist, wo man auch dann schön im Shop einkaufen kann. Dafür müssen auch jede Menge Spenden möglichst, ja, oder alle auf die Straße gehen. Das ist natürlich eine Alternative bei der nächsten Demo. Zig Millionen Leute auf der Straße bei den Demos und nicht nur ein paar Tausend. Ja, das wäre schon auch schick. So, Taliban-Story. Damit müssen wir ein bisschen weitermachen. Habe ich, glaube ich, versprochen beim letzten Mal, als ich diese total wirre Story hier erzählt habe, dass ich mal gucke, ob es noch ein Update gibt. Und das ist jetzt gekommen, und zwar von der Bild-Zeitung tatsächlich. Aber jetzt mal die Vorgeschichte. Ja, da war ja erst der Bericht, dass Taliban verkündet haben, mit einer gewissen Pharmafirma, C-Farm, einen Deal zu haben, die da für 400 Millionen Dollar eine riesen Fabrik irgendwo hinstampfen wollten in die afghanische Pampa, so zwischen die Hanffelder, wo dann alles Mögliche daraus gemacht wird, ja, irgendeine Nutzhandprodukte, aber eben auch medizinisches Cannabis und eben auch, ja, für den Genussmittelmarkt Hasch und Marihuana. Dann hieß es erst dann von irgendeinem investigativen Journalisten in einer großen Nachrichtenagentur, das wäre alles nicht nachvollziehbar, es gäbe überhaupt keine C-Farm, Firma, ja, nur zwei Apotheken irgendwo, die da mit Sicherheit nicht sind und das wäre ein Witz gewesen von den Taliban, die lachen sich da kaputt über die westlichen Medien, die da glauben und verbreiten. Dann kam auf einmal die Nachricht, die Taz, glaube ich, hat dann doch in Deutschland die Firma C-Farm gefunden, die es dann, ja, tatsächlich gibt und die auch Großprojekte in Sachen Cannabis machen international, da kommt das also schon wesentlich glaubwürdiger rüber. Da habe ich dann aufgehört zu berichten und dann kam die Bild-Zeitung an und sagt, sie hat tatsächlich ein O-Ton, ein Zitat oder ein Gespräch gehabt eben mit diesem Geschäftsführer, dieser C-Farm, genau genommen, Entwicklungsgesellschaft C-Farm international, heißt das Ding. und der hat das bestätigt, der hat gesagt, ja, er hat den Deal mit den Taliban, noch keinen Vertrag unterschrieben, ja, aber grüne Absichtserklärung quasi, ja, dann muss natürlich noch irgendwie alles rechtlich in trockene Tücher gebracht werden und so, aber er hat gesagt, jawohl, das ist unser Plan, davon wir machen da mit den Taliban und eben der Bevölkerung in Afghanistan mit der Begründung aus, sie wollen die armen Bauern unterstützen, ja, Argument von uns, auch von mir, ja, ich erzähle das schon seit zig Jahren, irgendwie jedes Mal, wenn mich einer fragt, wo soll das Zeug denn herkommen, wenn du legalisierst, dann sage ich mal, denk an die traditionellen Anbauländer, Marokko, Libanon, Nepal und so weiter, ja, arme Bauern tatsächlich, die traditionell Hanf anbauen und dann irgendwie dumm in die Wäsche gucken, wenn die Industrieländer legalisieren, auf einmal alles selbst anbauen, ja, das ist nicht gerecht, denk an die armen Bauern, so, dann sagt der Typ jetzt auch hier, deswegen will er mit den Taliban da jetzt anbauen und außerdem wird das ja, wird das ja Kampf gegen harte Drogen, wenn die dann kein Opium mehr anbauen müssen, sondern Hanf, auch nett, damit hat er die Regierungsargumente auch gleich noch mitgenommen, ja, die immer versuchen, Ersatzprodukte für Drogen anzubieten der Bevölkerung, damit die von irgendwas leben können, also ganz große Bandbreite an guten Motiven hat diese Firma, um da diesen Deal zu machen, ganz lustig eigentlich, ne, dass dann so eine Menschenrechts Rhetorik dann dabei rüberkommt, wenn man mit den Taliban da irgendwelche Deals machen will und das wird von der Bild-Zeitung tatsächlich auch in Form von Zitaten, direkte und indirekte Rede berichtet, von daher kann man davon ausgehen, da ist wohl was Wahres dran, ja, an diesen Aussagen, dass er das bestätigt hat, weil sonst hätten die ja eine Klage am Hals sofort und dann wird der Artikel aber wieder spekulativer, wo das dann heißt, so, ja, wir wissen aus Kreisen und so weiter, nämlich, dass die Firma das wohl als herben Rückschlag betrachtet, dass die Vereinten Nationen die Taliban nicht als die Regierung von Afghanistan offiziell anerkennen, ja, oh Wunder, wer hätte das gedacht, ja, dass die Taliban jetzt nicht überall nicht empfangen werden, keine Ahnung, ob die Leute, was die sich dann dabei denken, ja, dass die da so tun, das ist ja das vollkommen normal, irgendwie mit so einer Terror-Truppe da irgendwie zusammenzuarbeiten, ähm, gut, aber vielleicht kommt das ja trotzdem irgendwann, wenn die Realität ergibt, ja, da geht nichts anderes, dass die dann doch, dass man doch mit denen redet, wie auch immer, aber Taliban-Hasch in Deutschland, das kann ich mir noch nicht so gut vorstellen, äh, da gucken wir lieber mal erst nach, in andere Länder, ähm, bis die da wieder weg sind. Also, soviel zu Taliban-Story, ja, äh, mal gucken, ob das eine Fortsetzungsgeschichte wird, ob das noch weitergeht, diese irre Story, und damit komme ich zum nächsten Thema, Neuseeland, ähm, da will die Regierung jetzt Tabak verbieten, ja, auch eine tolle Nachricht, und zwar mit einer ganz neuen Idee, wie das gehen kann. Und Neuseeland war immer schon im Gespräch für neuartige Projekte und neuartige Wege in der Drogenpolitik, zum Beispiel Drug-Checking war mal viel in der Diskussion in Neuseeland, und Neuseeland hat ja auch die Bevölkerung abstimmen lassen über die Cannabis-Legalisierung, ganz knapp gescheitert, wie halt die alten Hasen hier wissen, die Zuschauer, und jetzt sagen die halt, ja, Rauchen soll komplett ausgemerzt werden, das ist das Gefährlichste, weil das gibt, jeder Zweite, der mit dem Rauchen anfängt, stirbt da irgendwann dran, das wollen wir loswerden, wo ja was dran ist, ja, das macht ja irgendwie Sinn, sich auf Tabak zu konzentrieren und nicht auf Cannabis, und das wollen die jetzt aber machen, indem jedes Jahr die Altersgrenze für den Verkauf von Tabak um ein Jahr angehoben wird, quasi die jetzt junge Generation unter 18, die jetzt kein Tabak kaufen darf, die wird niemals im Leben Tabak kaufen dürfen, weil jedes Jahr quasi die Altersgrenze vor denen wegläuft, sozusagen, also in 50 Jahren würde dann die Grenze also bei 68 Jahren liegen und das macht natürlich Alterskontrollen beim Verkauf auch irgendwie dann zu einem ganz anderen Thema, als das bis jetzt so ist, stelle ich mir witzig vor, wenn dann eigentlich ja alle möglichen Senioren auch einen Ausweis vorzeigen müssen, ob sie denn die Altersgrenze für den Kauf von Tabak erfüllen, das sind schon ein rückiges Sinn, lustige Idee, aber das ist noch lange nicht gesetzt, da muss ich auch dazu sagen, nicht, dass ihr jetzt rum erzählt, so in Neuseeland ist das jetzt so, sondern das ist der Plan der Regierung immerhin, also nicht von irgendwem, sondern Regierung, aber das ist noch kein Gesetz, so mal sehen, ob das wirklich kommt und wenn es kommt, ja dann können wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten gucken, so nach und nach, wenn die Prohibition von Tabak da fortschreitet, ob das besser klappt als bei Hanf zum Beispiel oder bei Alkohol, das ist ja auch in den USA gescheitert, als sie das mal versucht haben mit der Alkoholprohibition, ja, aber eine vor jungen Leuten weglaufende Altersgrenze, das habe ich auch noch nie gehört in der Drogenpolitik, das ist schon mal eine dolle Idee und damit kommen wir zum letzten Thema, auch doll, die Berliner Verkehrsbetriebe haben wir am Wickel BVG, die sind schon immer unterwegs mit wirklich witziger Werbung, ungewöhnlicher Werbung, die auffällt, die Laune macht irgendwie, dabei sind die auch gegenüber Drogen, Kiffern, aber auch ganz allgemein, ja, Genussmitteln und so weiter ziemlich aufgeschlossen und witzeln damit rum, ein Bild zum Beispiel, da habe ich jetzt beim Recherchieren gesehen, eine S-Bahn im Schnee, auf so einer Hochbahn, überall Schnee und der Spruch dazu, kaum ist Fashion Week, schon liegt überall weißes Pulver, haha, so, die Art Späskern machen die öfter mal und jetzt ist ein neuer Spot rausgekommen, da geht es um den Weihnachtsstress, der aufgehoben werden soll und die BVG hat was ganz besonderes überlegt und hier zeige ich euch den ersten Ausschnitt aus dem Spot. Zum Glück haben wir da ein gutes Mittel gefunden, mit anderen Worten, richtig gutes Zeichen. Denn dem aus den Samen der Cannabispflanze gewonnenen Hanföl wird eine entspannende Wirkung nachgesagt. So, und jetzt hat die BVG nochmal einen draufgesetzt, ja, nicht nur diesen Spot, den nächsten Spot irgendwie gebracht, sondern ein eigenes Ticket und zwar auf Esspapier mit Hanfsamenöl beträufelt in einem Zipperback, was ein echtes Tagesticket ist für zwischen den Weihnachtstagen hier, Feiertage und so, mit einer eigenen Homepage dafür, wo sie das Ding da erklären und verkaufen und so weiter und mit diesem Werbeclip und so und tausend Erläuterungen dazu, dass das vollkommen legal ist. Nochmal für alle Hanfsamenöl, das ist das Speiseöl, was man aus Salatöl kaufen kann, hat nichts mit CBD und THC zu tun und so, das ist da praktisch gar nicht drin, insofern auch keinerlei Wirkung zu erwarten, außer dass das wirklich sehr gesundes Speiseöl ist. Trotzdem labern die irgendwas von wegen, dass man würde dem eine entspannende Wirkung nachsagen, ja, ich habe keine Ahnung, wer noch nie gehört hat, dass Hanfsalatöl da, Samenöl, irgendwelche, dass man dem entspannende Wirkung nachsagt. Aber jetzt ist das natürlich so, weil die BVG sagt dem Zeug da entspannende Wirkung nach. So, egal, ja, soll eh das ein Gag sein letztendlich. Aber tatsächlich, das Ding ist essbar, ja, unglaublich. Hier der nächste Ausschnitt. Das ist nicht nur richtig gut, sondern auch komplett legal. Und deshalb gibt es gegen den ganzen Weihnachtsschress jetzt ein Ticket aus Esspapier, mit dem du deinen ganzen Ärger einfach runterschlucken kannst. Das Handticket. Ja, ist mal wieder fett eingeschlagen, die ganze Geschichte, wie sich das gehört für gute BVG-Werbung. Bundesweit in Medien gewesen in dem Fall. Gut gelaufen. Und wenn wir sowas dann am Ende irgendwann auch mal bei den Münchner Verkehrsbetrieben haben, dann haben wir es wahrscheinlich wirklich endgültig geschafft. Und bis dahin haben die Shops schon geöffnet und so weiter. Ja, dann können wir feiern. Bis dahin wird die BVG auf jeden Fall so weitermachen. Das lässt zumindest das Ende von diesem Werbeclip erahnen. Wie breit ist der denn? Oh Gott. So, jetzt nochmal kurz die Termine und habt das geschafft für heute. Es sind nur vier Stück. Einmal, zweimal, gleich heute Abend. Dann sind die ersten zwei von den vier schon erledigt. In Traunstein trifft sich unsere Ortsgruppe Chiemgau, wie ich jetzt weiß. Ja, danke für den Tipp mit K. Beim nächsten Mal werde ich mir das auf dem Zettel gleich mit K notieren und nicht mit CH, weil Chiemgau, nicht Ch. Naja. Und online heute Abend Wins and Beat. Für alle, die jetzt irgendwie kurz vor sieben auf der Uhr haben, sofort umschalten, nach Twitchstart, zum Kanal und mit uns ein bisschen rumnerden über mögliche Regulierungen für den legalen Anbau von Hanf. Dann noch die Ortsgruppen in Heidelberg. Offenes Treffen der Ortsgruppe Dienstag 21. Dezember und Woche später Region Rhein-Neckar. Gleiche Gruppe eigentlich. Online-Treffen Dienstag 28. Dezember und das war's. Abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns noch einmal vor Weihnachten. Bleibt am Ball mit der Spenderei. Ja, wer noch nicht Fördermitglied ist, jetzt ist eine gute Gelegenheit, das zu werden. Und damit, ja. Liked das Video, abonniert den Kanal, Glocke drücken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Gruße am Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.